Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder Piddle mit einem neuen Indie-Game, diesmal über das Thema Fußball. Und das werde ich jetzt jede Woche einmal machen. Ein Indie-Game über Fußball oder mit Fußball. Heute fangen wir an mit Sucker-Chaos. Sucker-Chaos. Eigentlich Kühe, die Fußball spielen. Eigentlich sehr schwer, diesen Ball ins Tor reinzukriegen. Oh Gott, Alter. Oh, ich bin schon fast tot. Jo, jetzt. Nein! Da ist das Tor doch schon. Da ist das Tor doch schon. Ball, komm, komm, komm zurück. Wo ist er hingesprungen? Wo ist der Ball? Wo zeigen der verfickte Pfeil hin? Der Ball ist über das Stadion geflogen, Alter. Wie damals Ramos, Alter, als er zum Elfmeter angetreten ist. Junge. Sergio Ramos! No! Den suchen die heute noch, den Ball. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Oh, guck dir an, wo der Ball ist. Wie soll ich ihn wieder zurück buxieren hier? Komm, komm schon. Ein gezielter Schuss auf den Ball und der fliegt wieder weg. Komm, explodier. Warum will die die denn wegschießen? Meine Scheißkuh! Ich trinke nie wieder Milch, Mann. Das ist doch kacke, wenn ihr mauert. Bam. So, jetzt aber. Noch einmal gezielt gegen den Ball. Nein! Du misst kaputt! Guckt euch an. Denkt einen so. Guck mal, wie glücklich die gucken. Ich mach den jetzt kaputt. Ich mach den jetzt kaputt. Er ist wieder am Spielfeld. Ich bin wieder dabei. Leute, ich bin wieder dabei. Da hab ich den Ball aufs Spielfeld bekommen. Und er schießt mich tot. Wie soll ich denn drei Punkte erzielen? Ihr misst das, Kühe, Alter. Wo ist der Ball? Ich kann den Ball nicht sehen. Jo, genau. Habt ihr das gesehen, wie hoch diese Scheißkuh geflogen ist? Jetzt aber. No comment. No comment. Diese Scheiß-Wichskühe, Alter. Ohne Sinn haben die einfach Laser. Die haben fucking Laser auf dem Rücken. Ja! 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 Ich bin ganz alleine vorm Tor. Ich bin ganz alleine vorm Tor. Ich bin ganz alleine vorm Tor. Werd nicht nervös, Peter. Werd nicht nervös! Ja! Da ist der Ball im Netz. Ihr Ficker. Da kommt direkt der Doppelpack hinterher. Peter ist nicht mal aufzuhalten. Alter. Den mach ich euch rein. Das habt ihr nun davon! Ihr Ficker. Mein Name ist Ronaldo. Ronaldo Katapult. Und da ist der Ball im Netz. Jawoll! Gewonnen! Das habt ihr nun davon. Ihr Scheißkuh. So, ihr wollt also ein Rematch. Das könnt ihr haben. Das könnt ihr haben! Und dann werde ich euch nochmal abschlachten. Abschlachten. Aber diesmal zu Null. Diesmal zu Null, ihr kleinen Nixkönner. So. Okay, okay. Ich gewinne 3-1. Ich gewinne 3-1. Yo, was geht ab? Auf der Tribüne habt ihr Spaß. Was geht ab hier oben? Ohne Witz. Ihr wollt das Spiel doch nur boykottieren. Weißt du, statt hier vernünftig mit mir Fußball zu spielen, schießt ihr den Ball immer aus dem Stadion. Weißt du, ihr seid so Kollegen, die man nie beim Fußball dabei haben will, weil die nicht spielen können. Weißt du, früher. Weißt du, das kennt ihr auch. Man wählt so in der Fußballer. Man ist in der Schule. So, dann sagt der Lehrer. Ey, Jungs. Heute spiele ich Fußball. Yeah. Und dann Team wählen. Okay. Ja, hier. Ich nehme Tom. Ja, aber Tom ist im Rollstuhl. Ja, okay. Ich nehme trotzdem Tom anstatt Moritz. Weil Moritz einfach keinen Fußball spielen kann. Oh Gott. Jetzt, jetzt. Deadball-Handling. Nein, zu schnell gefahren. Der Ball rollt aber. Jetzt ist er drin. Ihr Scheißkühe. Ja, Mann. Alter, drin. Da glotzt du, ne? Du kleiner Ficker. Der piehlt, Alter. Der marschiert. Der marschiert die Maschine. Da ist der Ball im Netz. Karsten Jankert drin. Sieg, 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 Sieg. Ja, Leute. Das war Soccer-Chaos. Wenn ihr irgendwelche Indie-Games über Fußball wisst, etc. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann spiele ich das sehr gerne. Natürlich auch mit Erwähnung von den Leuten, die mir das empfohlen haben. Leute, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Aber wir sehen uns die Tage wieder. Und, äh, ja. Leute, ne? Haut rein. Immer dran denken. Wenn ihr keine Milch trinkt, ne? Schießen die Kühe euch mit dem Laser die Köpfe ab. Ja. Wieder mal ein schönes Zitat von Peterle. Damit verabschiede ich mich heute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen. Tschaußen. Tönen. Tschaußen.